So, moin moin und herzlich willkommen von Banks Games zu einem neuen Video hier auf YouTube und ich bin hyped, Hogwarts Legacy hat gestartet, aber wir kommen kurz und knapp dazu, was ich euch zeigen wollte und zwar, wie wir unser Aussehen verändern können. Dazu müsst ihr erstmal die Story ein bisschen weiter gespielt haben, sodass ihr auf jeden Fall das Buch bekommen habt, ihr wisst dann schon, was ich meine, dann drückt ihr einfach nur auf Start oder auf Pause und dann könnt ihr ja auf Ausrüstung gehen und der ein oder andere hat vielleicht schon den Vorbestellerbonus oder was anderes bekommen und dann ist das alles ganz einfach. Ihr geht zum Beispiel einfach auf eine eurer Ausrüstung, wichtig ist, dass ihr sie ausgerüstet habt, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel keine Handschuhe ausgerüstet habe, dann kann ich hier auch kein Aussehen ändern, aber wenn ich jetzt Handschuhe ausgerüstet habe, dann kann ich jetzt mit Viereck auf Erscheinungsbild ändern drücken und schon können wir hier die Sachen aus der Sammlung und sonstige auswählen und dann können wir hier sozusagen verändern. Wir können sogar Handschuhe ausrüsten, aber gar keine Sichtbarkeit der Handschuhe einstellen sozusagen. Ja, und das war es schon fast. Eine Sache gibt es noch, hier beim Mantel zum Beispiel, ich weiß nicht, ob da vielleicht noch andere Optionen erscheinen, könnt ihr mit Dreieck einfach Kapuze an- und ausstellen. Ganz simple Sache, finde ich aber eine richtig coole Option, muss ich sagen. Ich trage hier erstmal die Kapuze, auf Undercover bin ich unterwegs, als Ravenclaw und ich bin gespannt, was ihr für ein Haus habt und so weiter und so fort. Ich hoffe, der Tipp hat euch geholfen und bleibt am Start, es werden Videos kommen zu Hogwarts Legacy. Tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games. Tschüss und bis zum nächsten Mal von